Bist du neugierig? Willst du wissen, wie die Welt tickt? Dann komm an die ETH Zürich zum öffentlichen Angebot für alle. Daran forschen wir. Drohnen. Liefern sie uns bald das Essen oder Häuser. Wohnen wir künftig in Häusern, die wie Wälder sind oder Mini-Roboter. Bringen sie die Medikamente bald an die richtige Stelle im Körper? Hast auch du du oder du Fragen, die dich beschäftigen? Dann komm zu uns. Wir erforschen mit dir die Welt. Wir sind Treffpunkt Science City. Unsere Vorlesungen, Workshops und Demos sind kostenlos. Einfach hereinspaziert.